Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 10 Minuten Live, dem Facebook-Talk der Unionsfraktion. Heute zu einem wirklichen Zukunftsthema. Es soll nämlich um Digitalisierung gehen, genauer gesagt um die Digitalstrategie der Bundesregierung und was bei diesem Thema die Unionsfraktion unter dem Knöpfchen hat. Und damit wir ziemlich gut Ihre Fragen beantworten können, habe ich einen echten Experten an meiner Seite. Er ist der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Herzlich willkommen, Tankred Schiepanski. Hallo. Sie haben sicherlich mit Blick auf Ihre Uhr schon gemerkt, wir starten heute etwas später. Es gab gerade namentliche Abstimmungen im Bundestag und da mussten Sie auch schnell mal runterhuschen. Genau, selbstverständlich. Eine historische Sache. Wir haben unsere Verfassung geändert und für eine Verfassungsänderung brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Und dementsprechend brauchen wir jeden Abgeordneten, der da mitstimmt. Und es war auch ein Digitalthema, was wir abgestimmt haben, nämlich eine Grundgesetzänderung, damit wir den Digitalpakt Schule auf den Weg bringen können. Von daher bitte ich, diese Verspätung zu entschuldigen. Dann, bevor wir jetzt richtig thematisch anfangen, noch kurz der Hinweis. Wenn Sie uns noch keine Frage geschickt haben, das aber nachholen wollen, tun Sie das gerne unten im Kommentarbereich. Unter diesem Stream können Sie einfach Ihre Frage eintippen. Wir versuchen dann, Ihr Thema auch noch mit in die Diskussion aufzunehmen. Herr Schipanski, ein User hat uns geschrieben, dass es die Digitalisierung ja schon länger gibt. Jetzt hat der Bundestag heute über die Digitalstrategie der Bundesregierung debattiert. Was ist da eigentlich neu an dem Thema? Also wir haben 2014 die erste Digitale Agenda 1-Strategie aufgelegt, ein Strategiepapier der Bundesregierung, wie wir die digitale Gesellschaft gestalten wollen, mit welchen Facetten, mit welchen verschiedensten Möglichkeiten. Und diese Digitale Agenda haben wir im letzten Jahr fortgeschrieben, gemeinsam mit der Bundesregierung, haben das dementsprechend auch vorgestellt. Die Digitale Agenda 2, man nennt das jetzt Umsetzungsbericht. Und das ist ein Bericht mit 154 Seiten, wo ganz konkrete Projekte von jedem Ministerium drinstehen, wo jedes Ministerium sagt, das möchte ich im Digitalbereich voranbringen, das möchte ich bei digitaler Landwirtschaft machen, bei Thema Cybersicherheit oder bei Thema digitaler Bildung. Und diesen Maßnahmenkatalog, den haben wir heute früh diskutiert. Das heißt, die Ministerien arbeiten jetzt auch stärker künftig zusammen bei dem Thema? Selbstverständlich. Wir sagen, jedes Ministerium ist ein Digitalministerium. Wir haben da Abteilungen, wir haben Referate, wir haben Stabsstellen, die sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Und jedes Ministerium hat da seinen eigenen Punkt, baut Digitalisierungslabore, Digitalisierungsfelder, probiert sich aus mit neuen Technologien, mit neuen Formen der Arbeit. Und ja, das passiert gegenwärtig auf Initiative der digitalen Agenda. Viel passiert nicht nur in Berlin, sondern derzeit auch in Brüssel. Es ist ein viel diskutiertes Thema und kritisch diskutiertes Thema in den sozialen Netzwerken. Es geht da um Urheberrecht und es gibt eine große Diskussion um die Copyright-Richtlinie, die gerade in Brüssel diskutiert wird. Lassen Sie uns mal ganz kurz darüber sprechen, worum geht es bei dem Thema und was wird da in Brüssel beschlossen? Also Ziel war es, mit der Urheberrechtsrichtlinie das Urheberrecht an das digitale Zeitalter anzupassen. Die letzte Reform liegt schon einige Jahre zurück und man hat sich in Brüssel dafür entschieden, vier große Themenfelder anzugehen. Das sogenannte Urhebervertragsrecht, dann das sogenannte Text- und Data-Mining und zwei große Kampfbegriffe, nämlich die sogenannte Plattformhaftung und das sogenannte Leistungsschutzrecht. Und beim Thema Text- und Data-Mining sehen wir einen guten Lichtblick, dass wir nämlich im Zeitalter von künstlicher Intelligenz ermöglichen, eben maschinenlesbare Daten zu haben, auch den Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und beim Thema Urhebervertragsrecht sind wir aus deutscher Sicht nicht ganz so glücklich, was Europa vorschlägt, weil wir das 2015, 2016 schon bei uns reformiert und geändert haben. Und die heißesten Themen haben wir wirklich beim Thema Leistungsschutzrecht und beim Thema Plattformhaftung. Beim Leistungsschutzrecht weiß der ein oder andere vielleicht, dass wir das in Deutschland eingeführt haben. Wir haben es noch nicht evaluiert und das ist unser großer Kritikpunkt, dass wir sagen, Mensch, schau doch, erst mal läuft das Ganze in Deutschland, bevor ich das Richtung Brüssel, Richtung Europa ausweite. Und beim Thema Plattformregulierung sind wir beim schwierigen Thema des sogenannten Upload-Filters. Upload-Filter ist das richtige Stichwort. Da gab es einige Zuschriften, unter anderem hat René Weiß bei uns da kritisch eine Nachricht hinterlassen. Deswegen die Frage, Sie persönlich, sind Sie für Upload-Filter? Also die Union ist da ein bisschen gespalten, möchte ich mal sagen, was das Thema Plattformhaftung angeht. So wie die Plattformhaftung dieser Artikel 13, dieser Urheberrechtsrichtlinie ausgestaltet ist, bin ich persönlich und viele, viele Digitalpolitiker der Union sehr unzufrieden, weil es eben zu diesen sogenannten Upload-Filtern käme, auch wenn sie nicht ausdrücklich genannt sind. Und wir sind der Meinung, dass dadurch natürlich Meinungsvielfalt eingeschränkt wird und auch die Benutzerfreundlichkeit von solchen Plattformen leidet. Ein Thema, was bestimmt jetzt die kommenden Wochen noch intensiv diskutiert wird. Deswegen erstmal danke für Ihre Meinung da. Ich will noch ein anderes Thema ansprechen. Das hat uns nämlich auch erreicht, Digitalisierung von Schulen. Wann werden unsere Schulen so richtig digital, fragt eine Userin. Sprich, schnelles Internet und moderne Ausstattung. Da gibt es noch viel Nachholbedarf in Deutschland, schreibt sie. Da hat die Userin hundertprozentig recht, dass es noch Nachholbedarf gibt. Zuständig für die Schulen, das wissen glaube ich auch alle Zuschauer, sind die Bundesländer. Und weil wir als Bund gemerkt haben, die Bundesländer ergreifen da nicht genug Initiative, sie sind nicht mit genug Herzblut dabei, haben wir gesagt, wir machen einen Finanzhilfe, einen Finanzimpuls von 5 Milliarden Euro über die nächsten 5 Jahre verteilt. Das ist genau das, was wir soeben im Parlament noch einmal beschlossen haben. Wir haben den Digitalpakt Schule bestätigt und wir wollen mit diesen Mitteln erreichen, dass wir die digitale Infrastruktur an den Schulen ausbauen. Dafür war es notwendig, dass es eine Bund-Länder-Vereinbarung gibt, dass wir die Verfassung anpassen. Und das haben wir jetzt, wir arbeiten jetzt schon mehrere Jahre an dem Thema, leider Gottes, endlich mit den Bundesländern hinbekommen. Und wir erwarten jetzt sehr, dass das in Lehrerfortbildung investiert wird, in WLAN-Netze investiert wird, teilweise in Lernsoftware investiert wird. Das ist jetzt alles möglich mit den Geldern des Bundes, aber natürlich auch mit den Geldern der Bundesländer. Die Bundesgelder haben viele, viele Haushaltsmittel mehr durch gute Steuereinnahmen. Und wir erwarten von Bundesseite, dass das Geld jetzt auch dementsprechend dafür investiert wird. Wenn Sie jetzt an Schule in 20 oder 30 Jahren denken, was haben Sie dann für ein Bild im Kopf? Wie könnte Schule dann aussehen? Ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen Papier und wir brauchen noch einen Füllfederhalter und jeder soll auch noch schreiben können und soll das auch noch lernen. Aber man muss natürlich auch mit einer Tastatur umgehen. Man muss insbesondere Medienkompetenzen entwickeln. Das betrifft den technischen Bereich, dass jeder Schüler weiß, was sind Algorithmen, was heißt Informatik, was heißt Programmieren. Und es betrifft insbesondere aber auch den Bereich, dass man sagt, man soll nicht mehr einfach nur Fakten auswendig lernen, sondern es geht um die Vermittlung von Kompetenzen. Dass der Schüler weiß, wie ich mit der Informationsflut des Internets, wie ich daraus wirklich Wissen generieren kann. Und das sind methodische Dinge, die wir unseren Schülern beibringen müssen. Daher müssen wir unbedingt in die Inhalte rein. Wir müssen diese Inhalte diesem digitalen Lernen anpassen. Und damit ist diese technische Sache, die wir jetzt gegenwärtig vornehmen, wirklich nur ein erster Schritt zu dieser Zukunftsschule 2030. Wir schwingen so ein bisschen in den Themen. 5G-Netzausbau, auch ein ganz großes Thema. Dieter hat uns bei Facebook geschrieben, reicht in Deutschland die Infrastruktur für künstliche Intelligenz? Stichwort flächendeckender 5G-Ausbau bzw. Breitband. Also haben wir da genug? Also wir bemühen uns da sehr. Ja, 5G haben wir ja noch gar nicht. Da sind wir jetzt gegenwärtig dran. Aber beim Breitbandausbau haben wir gerade die Breitbandausbaurichtlinie relaunched, sagt man jetzt. Wir haben die also nochmal erneuert für die weißen Flecken. Also da, wo noch gar nichts ist. Für die sogenannten grauen Flecken, da wo schon ein bisschen ist, kommt in diesem Jahr eine neue Förderrichtlinie von Seiten des Staates. Und wir engagieren uns sehr, dass wir die Kommunen, die für dieses Thema zuständig sind, wirklich aktiv unterstützen. Letztlich kriegen die Kommunen eine hundertprozentige Förderung, was den Glasfaserausbau in ihrer Kommune betrifft. Und daher die herzliche Bitte an die Landräder, an die Bürgermeister, wirklich davon auch gebraucht zu machen, damit diese Breitbandinfrastruktur entsteht. Beim Thema 5G sind wir als Bund gegenwärtig gefordert. Wir sind jetzt eingestiegen, Stück für Stück, in das Frequenzversteigerungsverfahren. Die Telekommunikationsnetzanbieter, Telekom, Vodafone, Telefonica, unter Umständen auch 1&1, wollen um diese Frequenzen mitsteigern. Und wir sind gegenwärtig dabei, Auflagen von staatlicher Seite zu machen, weil wir festgestellt haben, dass insbesondere bei 4G, also bei LTE, die Versorgung in Deutschland sehr mangelhaft ist. Und wir diskutieren gegenwärtig in Berlin über diese Versorgung aus Auflagen, auch über Fragen des Infrastruktursharings oder über Fragen des sogenannten lokalen 5G oder ein lokales Roaming, so will ich das mal nennen, weil wir der Ansicht sind, diese 5G-Technologie, die wird unser Leben dermaßen bestimmen im Zeitalter von Internet of Things, um vernetzte Dinge, dass es notwendig ist, dass wir also auch in der breiten Fläche diese 5G-Technologie zur Verfügung haben. Und daher sagen wir lieber jetzt ein paar Auflagen mehr an die Telekommunikationsnetzbetreiber, damit dieses Netz dann wirklich flächendeckend zur Verfügung steht. Und wir verzichten auf der anderen Seite dafür, auf eventuelle Mehreinnahmen finanzieller Art, die dem Staat durch die Versteigerung zufließen. Herr Michael Waldhausen hat uns geschrieben und er sagt, 5G ist so die Grundlage für alles, über was wir gerade so diskutieren. Aber er fragt sich, ob die Studiengänge in Deutschland geeignet sind, um Menschen gezielt auszubilden, nachher auch mit diesen neuen digitalen Anwendungen klarzukommen. Wie sieht es da aus? Würden Sie sagen, da muss an der Universität sich noch einiges ändern? Also wenn wir an den Schulen eine Menge machen, müssen wir natürlich auch etwas an den Hochschulen machen. Auch Hochschulen ist wieder Ländersache. Da ist es noch spannender. Da sagt natürlich unsere Verfassung, Freiheit von Forschung und Lehre. Das heißt, der einzelnen Hochschule ist es überlassen, welche Studiengänge sie anbietet. Wir wirken aber als Bund natürlich darauf hin, möglichst Studiengänge zu kreieren und zu unterstützen, wo eben Data Scientists ausgebildet werden, wo Leute lernen, mit Big Data Dingen umzugehen, wo Programmierung dabei ist, also überall ein Hauch Informatik auch dabei ist. Und wir können das nicht anordnen als Bund. Wir können nur motivieren. Wir können das kommunizieren. Aber wir haben das im Blick. Aber da ist staatliches Einmischen nicht ganz so einfach. Wir haben jetzt schon gesprochen über KI, über moderne digitale Anwendung. Marie fragt sich, wann kann ich meinen Personalausweis künftig online beantragen? Also Verwaltung, digitalisiert die sich auch? Also unser Ziel ist es, haben wir heute Morgen diskutiert im Parlament, in der sogenannten digitalen Agenda 2, dass wir 2022 diese gesamten Verwaltungsdienstleistungen, sind, glaube ich, insgesamt über 500 online anbieten. Wir sind gegenwärtig dabei, weil das eine Bund-Länder-Aufgabe ist. Die Länder und die Kommunen übernehmen ja viele Verwaltungsarbeit für den Bund. Und dementsprechend entwickeln wir jetzt mit Ländern und Kommunen in sogenannten Digitalisierungslaboren. Eins ist hier in Berlin in der Google Factory, also in einem Coworking Space. Da entwickeln wir jetzt Anwendungen, wo der Bürger unmittelbar dabei ist und den Beamten hilft und den Informatikern hilft, faktisch wie so ein Formular aussehen soll, wie das benutzerfreundlich sein soll. Und da haben wir uns, glaube ich, eine spannende Zahl gesteckt, wenn wir sagen, 500 Verwaltungsdienstleistungen alle online anzubieten. Wir hoffen sehr, dass die Länder da entsprechend mitziehen. Gunnar hat uns geschrieben, das ist wahrscheinlich ein Thema, das man in einer eigenen Sendung behandeln könnte. Es geht um Startups und er fragt sich, wieso sind eigentlich die Startups aus Kalifornien oder in Tel Aviv so viel erfolgreicher weltweit als die Deutschen? Wow, dann haben wir einen ganz aktiven Startup-Verband in Deutschland und wir haben insbesondere einen ganz aktiven Venture-Capital-Verband und auch Markt in Deutschland. Und das ist, glaube ich, das große Schlüsselwort. Uns fehlen immer Wachstumsfinanzierungen in der entscheidenden Phase bei diesen Startups. Da steigen dann Chinesen ein, da steigen Amerikaner ein, da steigen Israelis dann ein. Und von daher liegt unser Hauptaugenmerk, sowohl in der letzten Legislatur als auch in dieser, bei dem Thema Startup-Förderung, nicht nur auf diese Gründungsphase, sondern insbesondere dann auf die Wachstumsphase von Unternehmen. Und wir tun alles dafür, dass wir das sogenannte Venture-Capital voranbringen, dass wir es stärker nach Deutschland ziehen. Und dann, glaube ich, dann gelingt es uns auch, diese Startup-Kultur einfach noch ein Stück besser zu vermitteln. An den Unis sind wir und an den Schulen hoffentlich auch relativ erfolgreich, dass wir den jungen Leuten vermitteln. Das macht Spaß, Unternehmer zu sein, Eigenverantwortung zu übernehmen, dass man ein bisschen wegkommt von der Sache, ich möchte Angestellter werden oder ich möchte Beamter werden. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nach außen kommunizieren. Unternehmertum ist was Gutes, das macht Spaß. Und das wollen wir durch unsere Politik fördern. Also lieber Gunnar, an dieser Stelle noch der Hinweis, wir hatten schon mal in Facebook live zum Thema KI und Startup. Schauen Sie einfach mal in unsere Timeline. Wenn Sie das interessiert, können Sie da auch noch mal nachschauen. Mit Blick auf die Uhr, wir sind so gut wie durch, aber ich möchte gerne noch eine Frage reinnehmen von Silke Prumann, die sagt, Herr Schimpanski, mal Hand aufs Herz, spielt in der Politik das Thema Digitalisierung überhaupt eine Hauptrolle? Wow, da kann ich meine Hand aufs Herz legen und sagen, hundertprozentig, das ist das große Schwerpunktthema der letzten Legislatur, aber auch dieser Legislatur. Es ist, darf ich auch sagen, das Lieblingsthema unserer Bundeskanzlerin, die in jeder Regierungserklärung vor jeder Fahrt nach Brüssel dieses Thema explizit noch einmal im Parlament aufruft, wo die CDU eine ganze Menge an Veranstaltungen macht, um Akzeptanz bei den Leuten zu schaffen. Und ich glaube, allein dieses große Maßnahmenpaket auf 154 Seiten, dieser Umsetzungsbericht, diese Digitale Agenda 2 zeigt, dass das ein absoluter Schwerpunkt dieser Bundesregierung ist und dieser Legislatur und das ist unser großes Thema, klar. Ich finde, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schimpanski, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie müssen wahrscheinlich gleich wieder ins Plenum zurück. An dieser Stelle soll aber die Diskussion nicht enden. Wenn Sie noch eine Frage haben, stellen Sie uns die bitte im Kommentarbereich. Wir recherchieren das und versuchen Ihnen dann auch darauf zu antworten. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.